Die Briten wollen die EU verlassen und haben nun auch ein Datum für den Brexit. Premierministerin May will am 29. Mai die offizielle Erklärung für den Austritt Großbritanniens aus der EU abgeben. Das gab ein Regierungssprecher bekannt. Und sobald der Antrag eingereicht ist, tickt die Uhr. Die britische Regierung und die EU haben dann genau zwei Jahre Zeit, die Bedingungen für den Abschied des Vereinigten Königreichs aus der Union zu verhandeln. Dann tickt aber auch die Uhr in Brüssel recht laut, denn schon 48 Stunden später will der EU-Ratspräsident Tusk den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten einen Vorschlag für die Leitlinien des Brexit übermitteln. Nun wird es also so richtig ernst. Andreas Stamm ist für uns in London und beobachtet das Geschehen und die neuesten Meldungen. Man will es kaum glauben, nach dem vielen Hin und Her, ist jetzt wirklich amtlich am 29. Ja, so sieht es aus. Theresa May hat ja immer davon gesprochen, Ende März wird es sein. Jetzt ist Ende März. Es gibt da jetzt keinen Zweifel mehr dran, glaube ich, dass es passieren wird. Aber dann ist es natürlich erst der Anfang. Dann geht das seinen Weg. Und die Europäer haben schon klargemacht, dass es so schnell dann nicht geht. Denn der 6. April, wo ein EU-Regierungsgipfel stattfindet, der ist nicht genug Zeit, um dann schon sozusagen von Brüsseler Seite darauf zu reagieren. Das dauert vier bis sechs Wochen nach Eingang dieses Schreibens nächste Woche. Und dann ist schon wieder mitten der französische Wahlkampf am Toben, der Präsidentschaftswahlkampf. Dann kann es sich nochmal wieder nach hinten verschieben. Das heißt, amtlich ist es, aber richtig losgehen mit den Verhandlungen kann es vielleicht auch erst im Juni oder sogar erst im Juli. Dann kommt schon wieder die Sommerpause. Also das kann sich ziehen. Aber amtlich wird es nächsten Mittwoch. Davon kann man wohl ohne Zweifel ausgehen. Das ist spannend. Spannend auch für die Briten. Sind die denn jetzt mittlerweile, sagen wir mal, vollumfassend informiert über das, was da tatsächlich auf sie zukommt? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Vollumfassend. Aber man muss wohl fairerweise sagen, die britische Regierung hat es nicht wirklich versucht, vollumfassend zu informieren. Die Strategie war immer, Brexit means Brexit. Und das hat man sehr lange so durchgehalten. Wir sagen nichts, denn das schadet unserer Verhandlungsposition. Dann hat man die sehr knallharten Leitlinien bekannt gegeben. Der sogenannte harte Brexit. Da sind wir raus aus dem Binnenmarkt. Man will die Kontrolle zurück über die Einwanderung komplett. Man will auch nicht mehr der Jurisdiktion, der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs unterstehen. Das war dann die harte Linie. Aber darüber hinaus, über die Konsequenzen, wird hier doch sehr wenig gesprochen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, mit wem will man denn Handel treiben in Zukunft, heißt es dann immer ganz fröhlich. Ja, dann gehen wir zu den Commonwealth-Staaten, unseren alten Verbündeten, das alte Empire. Da holen wir uns dann die Handelspartner. Da muss man aber dann den Zahlen nachsagen, das sind nur 9 Prozent des Volumens momentan und die EU 44 Prozent. Also da wird sich auch viel schön gerechnet und am besten beschreibt es wohl eine Aussage letzte Woche in einem Komitee des Unterhauses des britischen Parlaments von David Davis, dem zuständigen Minister für den Ausstieg aus der Europäischen Union, der gefragt wurde, was ist denn, wenn es keinen Deal mit Brüssel gibt in diesen zwei Jahren? Und da sagte der, ja, das haben wir noch nicht durchgerechnet, das wissen wir noch nicht. Also da ist auch sehr viel Unwissenheit noch und dazu kommt, dass sich jetzt auch schon die ersten Reaktionen, die Schotten, die Waliser und die Nordiren wohl beschweren, dass sie nicht informiert worden wären von London, eben von der britischen Regierung, dass am 29. eben abgestimmt wird, dass sie das aus der BBC, aus den Nachrichten erfahren haben. Und das zeigt natürlich hier, herrscht immer noch sehr viel Chaos und wenig, wenig, wenig wirklich geordnete Linie. Und insofern ist auch die britische Bevölkerung wahrscheinlich noch nicht ganz im Klaren, was das wirklich heißen könnte. Und wie teuer es vor allen Dingen auch werden könnte, da gibt es kluge Menschen, die rechnen gerade sehr viel und die entwerfen schon mal Preisschilder, die am Brexit dran kleben. Eins wird gerade genannt, allein was die EU betrifft und die Dinge, die da gezahlt werden müssen, 60 Milliarden, das wird sicherlich noch nicht das Ende sein. Das wird ins Kontor hauen, oder? Auf jeden Fall, vor allen Dingen hier, denn das war ja eine der zentralen Versprechen, dass die Zahlungen nach Brüssel, jährlich ungefähr 11 Milliarden, dass das aufhört. Und jetzt heißt es hier plötzlich, man muss noch 60 Milliarden mindestens zahlen. Das hat natürlich hier für Unstimmigkeiten gesorgt und da hat man sich sehr gegen gewährt. Boris Johnson, einer der führenden Brexiteers, also der, die für den Brexit kämpfen, als Außenminister hat gesagt, das ist ja völlig utopisch und das wird nicht kommen. Und die Briten rechnen das hier etwas anders. Man muss sagen, die Rechnungen der Europäer, der EU sind da recht handfest. Es geht eben um Zahlungen, die schon genehmigt sind, aber die erst in der Zukunft fällig werden. Teilweise auch über den sieben Jahren Finanzrahmen, die die EU hat. Also wir sprechen dann teilweise von Dingen, die erst Mitte der 2020er passieren werden. Aber Großbritannien ist da rein rechtlich, sagt zumindest die EU, zahlungspflichtig. Das macht so ungefähr 30 Milliarden aus. Dazu kommen dann noch laufende Verpflichtungen im Finanzrahmen dieser sieben Jahre, die über das Brexit-Datum hinausgehen. Dann die Rentenzahlungen für die EU-Beamten. Also das summiert sich dann alles auf. Die Briten sehen das ganz anders und das könnte eine der großen Fragen sein, an denen ein Deal scheitert. Denn die Europäer wollen das Geld und die Briten wollen unter keinen Umständen zahlen. Das wird sehr spannend und damit werden die Verhandlungen, zumindest wenn es nach Brüssel geht, auch direkt losgehen. Und dann wird man schon sehr, sehr harte Verhandlungen gerade zu Beginn dann bekommen. Denn das ist für die Briten natürlich eine Rechnung, die ihnen nicht schmeckt. Wir ahnen das schon, das wird richtig heftig und schwierig. Die EU-Bürger, das ist noch eine große Frage. Diejenigen, die schon im Lande sind, dort arbeiten, wie sicher sind die? Da machen sich sehr, sehr, sehr viele Menschen hier gerade Gedanken. Vor allem diese fast drei Millionen, um die es hier geht, EU-Bürger, die in Großbritannien leben. Und da wurde immer wieder gesagt, ja, das wird schon nichts passieren. Man wird an den Verhandlungen auch relativ schnell versuchen, das zu klären. Es gibt ja auch 1,2 Millionen Briten, die über Europa verteilt leben. Und dann wird man direkt das regeln, dass sie sozusagen bleiben können, dass ihre Rechte gesichert werden. Aber darauf will sich so recht niemand verlassen. Die große Gemeinde der EU-Bürger hier in Großbritannien ist sehr besorgt. Es wird am kommenden Samstag einen großen Protestmarsch hier in London geben. Denn es wurde lange gefordert, dass man das doch auch im Vorhinein regeln könnte, einseitig. Das haben sogar hier Teile des Parlaments, des britischen Oberhauses so gesehen. Man hat das in das Brexit-Gesetz reingeschrieben. Aber die Regierung hat das kassiert. Und da sprechen viele von einem Art Faustpfand in den Verhandlungen. Und wer möchte schon gern ein Faustpfand in vielleicht sehr zähen Verhandlungen werden? Das beunruhigt hier viele. Manche gehen auch. Es gibt einen Rekordabgang an Krankenschwestern im NHS, im britischen Gesundheitssystem. Die kommen alle aus der EU und sagen, nee, hier wollen wir nicht mehr. Also da fangen viele an, sich Gedanken zu machen, zu gehen. Und diese Unsicherheit treibt wohl auch viele Menschen in psychotherapeutische Behandlungen. Zumindest ist das ein Teil einer Recherche, an der wir gerade dran sind. Also da ist extrem viel Unsicherheit. Und viele würden hier aufatmen, wenn man das sehr schnell in den Verhandlungen, die dann bald beginnen, sehr schnell dann ad acta legen könnte. Und vielleicht diese Rechte gegenseitig sichern könnte. Aber das wird auch ein langer Weg. Vor allen Dingen, wenn am Anfang so heftig und vielleicht sogar unangenehm über Geld gestritten wird. Wir werden Zeitzeugen sein. Dankeschön für heute. Dafür nach London. Andreas Stamm.